Ich sage Ja zu Snacksalami und Ja zu Supermärkten, aber deswegen sage ich doch nicht automatisch Ja zu Tierquälerei, Ausbeutung und Konsumwahn. Warum geht nur alles oder nichts? Wenn ich Ja zu Bio sage, warum muss ich automatisch auch Ja sagen zu verpackungsfreiem Einkaufen, autonomen Gemüsegärten, Mülltrennung, Ja zu Müll sparen, so lange, bis man nur noch einen einzigen Lappen zum Brille putzen, Teller waschen und Arsch abwischen hat. Ja zu Körnerbrot, das so schwer ist, dass man es mit einer Schubkarre nach Hause fahren muss. Ja zu gehäkelten Mützen, die aussehen wie Topflappen. Wozu brauche ich iTunes? Ich kann mir selbst ein Liedchen spielen auf einer Flöte, die ich aus meiner eigenen getrockneten Scheiße geschnitzt habe. Warum kostet im Unverpackt-Laden in meiner Straße 100 Gramm Nudeln 3 Euro? Warum kann ich nicht im Discounter unverpackt einkaufen? Warum muss ich reich sein, um gut und moralisch zu leben? Wenn die grüne Revolution nur aus den Vorstädten und gutbürgerlichen Altbauten und Hipstervierteln kommt, wie viel kann sie ausrichten? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.